Reparieren Sie bitte mein Fahrrad. Reparieren Sie bitte mein Motorrad. Hängen Sie bitte den Mantel in die Garderobe. Hängen Sie bitte die Jacke in die Garderobe. Geben Sie mir bitte meinen Schlüssel. Machen Sie bitte die Tür zu. Bringen Sie mir bitte ein Stück Torte. Bringen Sie mir bitte ein Stück Kuchen. Geben Sie mir bitte einen Kugelschreiber. Geben Sie mir bitte eine Briefmarke. Bringen Sie mir bitte eine Tasse Kaffee. Schließen Sie bitte den Kühlschrank. Steigen Sie bitte ins Auto ein. Geben Sie mir bitte den Fotoapparat. Geben Sie mir bitte eine Dose Marmelade. Schreiben Sie mir bitte eine E-Mail. Senden Sie mir bitte eine E-Mail. Kaufen Sie bitte die Fahrradkarte am Automat. Nehmen Sie mir bitte eine E-Mail. Nehmen Sie bitte ein Stück Kuchen. Oder ein Stück Torte. Oder eine Tasse Kaffee. Machen Sie bitte die Musik leise. Singen Sie bitte ein wenig leise. Rufen Sie bitte auf dem Handy an. Geben Sie mir bitte frische Brötchen. Schreiben Sie bitte die Wörter ins Heft. Zeigen Sie mir bitte ein Bild. Geben Sie mir bitte eine Musik-CD. Geben Sie mir bitte ein Kilo Orangen. Oder geben Sie mir bitte ein Stück Orangen. Geben Sie mir bitte eine Flasche Wasser. Oder Saft. Kaufen Sie mir bitte eine interessante Zeitschrift. Schälen Sie bitte die Banane. Fahren Sie bitte mit mir Rollschuhe. Zeigen Sie bitte ein paar gemütliche Schuhe. Steigen Sie bitte in den Bus ein. Geben Sie mir bitte das Biologiebuch. Schalten Sie bitte die Lampe aus. Schalten Sie bitte die Lampe ein. Schalten Sie bitte den Fernseher aus. Schalten Sie bitte den Fernseher ein. Das Radio, den Drucker, die Heizung und so weiter. Reparieren Sie bitte den Fernseher. Das Radio, den Drucker und so weiter. Warten Sie bitte am Stadttheater. Putzen Sie bitte die Tafel. Spielen Sie mit mir bitte Tischtennis. Geben Sie mir bitte ein Kilo Birnen. Geben Sie mir bitte zwei Eintrittskarten. Geben Sie mir bitte einen Apfel. Bringen Sie mir bitte ein Glas Wasser. Kaufen Sie mir bitte eine neue Tasche. Geben Sie mir bitte das Deutschbuch. Rauchen Sie hier bitte nicht. Geben Sie mir bitte eine Zigarette. Machen Sie bitte das Radio leise. Schalten Sie bitte den Computer ein oder aus. Kochen Sie bitte eine Suppe. Geben Sie mir bitte ein Blumenstrauß. Unterschreiben Sie hier bitte. Bringen Sie mir bitte ein Glas Bier. Rufen Sie mich bitte am Dienstag um 8 Uhr an. Notieren Sie bitte den Termin am Dienstag um 8 Uhr. Machen Sie mir bitte ein Butterbrot. Zählen Sie bitte die Münzen. Essen und trinken Sie hier bitte nicht. Es ist verboten. Geben Sie mir bitte drei Flaschen Bier. Holen Sie mich bitte am Donnerstag um 18 Uhr ab. Holen Sie mich bitte am Bahnhof ab. Warten Sie bitte am Postamt. Schwimmen Sie hier bitte nicht. Geben Sie mir bitte meinen Schlüssel. Nehmen Sie mir bitte ein Taxi. Bringen Sie bitte die Rechnung. Bringen Sie mir bitte neues Besteck. Oder bringen Sie mir bitte eine Gabel und ein Messer. Öffnen Sie mir bitte die Weinflasche. Nehmen Sie bitte Platz auf den Stuhl. Geben Sie mir bitte ein Blechschiff. Sagen Sie mir bitte, wie spät ist es. Geben Sie mir bitte eine frische Zeitung. Bringen Sie mir bitte eine Portion Gemüsesalat. Bringen Sie mir bitte eine Portion Fisch. Bringen Sie mir bitte eine Portion Fisch. Schwimmen Sie bitte mit mir im Fluss. Jogen Sie mit mir bitte am Morgen. Spielen Sie mit mir bitte Fussball. Geben Sie mir bitte ein Kilo Tomaten. Oder ein Kilo Gurke. Geben Sie mir bitte ein Kilo frisches Obst. Geben Sie mir bitte ein frisches Brot. Bringen Sie mir bitte die Speisekarte. Gehen Sie bitte mit dem Hund spazieren. Kaufen Sie mir bitte eine Kinokarte. Fotografieren Sie hier bitte nicht. Sprechen Sie hier bitte leise. Sprechen Sie hier bitte nicht. Telefonieren Sie hier bitte nicht. Spielen Sie hier bitte mit dem Ball nicht. Fahren Sie hier bitte kein Fahrrad. Steigen Sie bitte ins Auto ein. Oder steigen Sie bitte in den Bus aus. Geben Sie mir bitte ein Kilo Fleisch. Geben Sie mir bitte 260 Euro. Geben Sie mir bitte ein Kilo Schinken. Notieren Sie bitte den Termin am Dienstag um 8 Uhr. Schalten Sie bitte die Waschmaschine aus. Oder schalten Sie bitte den Herd aus. Schicken Sie mir bitte einen Brief. Füllen Sie bitte das Formulär aus. Fliegen Sie bitte mit dem Flugzeug. Geben Sie mir bitte ein Kilo Gemüse. Schließen Sie bitte das Fenster. Zeigen Sie mir bitte Ihren Ausweis. Und man kann so reagieren. Hier bitte. Sehr gerne. Das mache ich. Ja klar, das mache ich. Alles klar, danke. Entschuldigung, ich habe dieses Schild nicht gesehen. Es Sie mir auch mit dem Flugzeug. Ich habe noch einen Kilo gemerkt. Ich habe diese Kilo gemerkt. Ich habe mich überlegt, dass das Kilo gemerkt hat. Ja klar, das war mir. Es ist in der Kilo gemerkt. Ich habe hier sehr gerne gemerkt. Sie mir das Kilo gemerkt.